herzlich willkommen beim neumond horoskop für monat august die sonne steht ja im august im löwen in ihrem heimathaus und das ist halt der sommer das ist der ausdruck für lebensfreude für lebenslust selbst ausdruck also alles drängt nach draußen und so findet auch der neumond im august eben im zeichen löwen statt der mond ist ja eher ein passives zeichen da geht es um das was wir empfinden und das was wir aufnehmen und das was wir aufnehmen das was wir fühlen drängt jetzt in der energie des löwen nach außen also es geht definitiv jetzt mit dem mond im löwen auch um den gefühlsausdruck und daraus auch wie gesagt die gefühle herauszubringen aus einem selber das kann man auf unterschiedliche art und weise machen als als tipp empfehle ich ja immer jetzt auch aus der energetik und aus der therapie form dass man einfach sachen anspricht das muss nicht unbedingt immer mit einem anderen menschen sein wenn man jemanden hat der zuhören kann wunderbar wenn man niemanden hat der zuhören kann dann würde ich über die gefühle einfach einmal sprechen mit einer wand oder von mir aus einem kuscheltier wichtig ist da einfach mal der ausdruck der gefühle und das wäre so sicher eines der hauptthemen im august denn wir werden jetzt dann gleich reinschauen die gefühle sind sehr sehr geladen sind sehr sehr durchmischt und ich möchte einfach jetzt gleich mal ein paar spannende aspekte dieses horoskops auch mal mit dir durchgehen schauen wir mal wo wir die folie haben hier haben wir sie und dann gehen wir gleich mal rein also wir sehen oben da in diesem roten segment stehen mond und sonne zusammen und der merkur steht auch noch im löwen der merkur ist ja auch so dieser ist ja so der denker der der funktionsplanet das ist das mechanische das funktionieren das denken auch die sprache die kommunikation bisschen der handel steht auch im löwen drinnen und der ist halt auch eher so ein bisschen lauter ein bisschen übertriebener also sonst vielleicht ist also wirklich so dieses gefühl dieses diese lebenslust diese lebensenergie wirklich auf allen ebenen wird ausgekostet das spannende jetzt einfach vom vom politischen her in österreich vielleicht zumindest ist es so da sind jetzt die die wahlen dann vorbei mit ende september und dann schauen wir mal da wird sich auch die politik wieder ein bisschen mehr trauen vielleicht auch unpopulärere entscheidungen die wahrscheinlich schon geplant sind laut diesem horoskop auch eher dann durchzusetzen aber kommen wir mal darauf zu sprechen also wie gesagt es geht um ausdruck der gefühle drücke deine gefühle aus und diese gefühle sind wie gesagt sehr sehr labil sehr wankelmütig sehr schwankend warum ist das so wir haben den uranus im stier und dieser uranus im stier da unten habe ich ja ein video auch darüber gemacht dieser uranus im stier macht ja die basis sehr labil das heißt den körper das heißt die materie das heißt die werte werden durch uranus gewandelt oder auch durcheinander gewirbelt und diese konstellation im außen also das auf was ich mich verlassen kann das wo ich sicherheit gefunden habe da wirkt er eben der uranus dieser rebell dieser auch freiheitskämpfer befreier auch von der materie befreiung von der materie der uranus genauso das muss ja nicht immer schlecht sein man kann ja kann man ja auf mehrere arten sehen also wenn man zu viel um sich schare das ist natürlich mal gut dass das da was wegfällt kann allerdings natürlich auch als sehr unangenehm empfunden werden naja und dieser uranus dieser dieser wirbler in der materie wirbelt jetzt darauf in einem quadratabstand zu mond und zu sonne im löwen uranus sonne ist einfach die ist wirklich so die manie ist das labile ist dieses extrem wankelmütige ist dieses explosive auch ein bisschen also ist schon so ein bisschen so ein druck der da hoch steigt das kann ja das kann einfach auch mit so ein bisschen übertreibung mit ein bisschen aggression zusammenhängen das kann mit extremer wankelmut zusammenhängen und das plus mond auch noch dazu also da kann es sein dass man sehr labil wird jetzt vom vom ausdruck auch aus wo man sagt einmal so einmal so man will sich nicht richtig festlegen ist die eine variante oder die andere ist natürlich dass diese umstände die materiellen umstände dich noch mehr versicher verunsichern und zwar im inneren verunsichern und dass so eine ja dass da so eine sehr geladene sehr auf aufgeheizte atmosphäre entstehen kann so würde ich das mal sehen naja und darauf kommt ja dann noch etwas und zwar dass der der saturn direkt zur zur sonne und damit wirkt er dann auch ein bisschen so zum zum mond mit rein eine opposition macht und und saturn ist jetzt im wassermann saturn ist ja die die juristiktion ist ja das gesetz sind die neuen regeln und ich würde sagen neue regeln schränken das leben ein das heißt es ist wahrscheinlich damit zu rechnen dass wir im oktober irgendwelche neuen erlässe irgendwelche neuen maßnahmen erhalten die uns wieder einschränken also das würde ich schon so deuten noch dazu kommt dann eben der pluto mit einem mit einem quinkungs zum merkur auf und das heißt für mich auch wieder ich sage immer pluto ist ja so dieser transformator oder auch das schänden des rechtsstaates auch das schränkt wieder die beweglichkeit die flexibilität ein das denken ein also ich glaube schon dass dann noch mehr druck erhöht wird auf die auf den selbst ausdruck des einzelnen das selbst ausdruck wird immer mehr gerät im wahrsten sinne des wortes unter druck immer mehr im oktober und es wird versucht dann noch einmal so diese schraube anzuheben meines erachtens nach wir haben auch die also die venus und den mars in der jungfrau stehen also das ist für mich ja auch so ein bisschen so ein zeichen und venus hat eben eine opposition zum neptun drinnen das könnte auch wieder heißen so auflösung von arbeitsplatz beziehungsweise auch auflösen eben ein bisschen vernebelung des arbeitsverhältnisses das könnte hindeuten darauf dass man sagt okay es gibt wieder mehr home office es gibt es gibt eventuell auch wieder ein bisschen so homeschooling homeschooling tendenzen also das ist da durchaus möglich auf der anderen ebene natürlich auch dass man sagt okay vielleicht wird es am arbeitsmarkt wieder schwieriger die ganze situation also das kann man da könnte man da auch so rein interpretieren und auch der rückläufige jupiter hat eine opposition zum merkel das kann dann auch sein dass man ebenso denn den selbst ausdruck dass das nicht ganz so läuft wie man sich vorstellt dass es vielleicht nicht ganz so leicht ist nicht ganz so optimistisch ist wie man es sich vorstellt und dass es da auch ein bisschen zu blockaden kommen kann also alles in allem würde ich das horoskop so deuten dass ich eher dazu neige wir haben auch noch einmal pluto auf der venus also auch noch einmal ja venus in der jungfrau wer halt auch könnte man auch noch einmal so deuten als stierplanet das ist ja so dann der körper die körperlichkeit und da ist auch noch einmal so da der pluto drauf also noch mal mehr regeln und das werden über die jungfrau vielleicht auch so wissenschaftliche regeln die gesetzlich geregelt sind also da sind wir natürlich bei diesen themen piksen ja nein wirst du piksen müssen oder nicht und so wie er momentan der geisteswind weht in unseren schönen gefilden wird man da wahrscheinlich immer schwieriger ausweichen können das ist jetzt keine anmerkung ob das jetzt besonders gut oder besonders schlecht ist es schaut nur einfach so aus dass das dass da alles noch ein bisschen enger wird grundsätzlich wie gesagt wichtig für dich ist in dieser zeit im august jetzt dann noch grundsätzlich august immer genieße den restlichen sommer genieße das leben und schau einfach mal dass du so quasi aus dieser nervosität aus diesem aus diesem ein bisschen so ein bisschen so aufgerütteten gefühl bis dann rauskommt das wäre eigentlich so das wichtigste die anderen sachen müssen sich jetzt eigentlich nicht so wirklich bekümmern oder sorgen machen wenn wenn du jetzt in sorge bist dann hast du es eh schon und wenn nicht naja dann geht es halt wieder mal weiter in der ganzen in dem ganzen theater das sich gerade rund um uns abspielt grundsätzlich noch einmal es geht darum gefühle rauszubringen sich nicht zu sehr verunsichern zu lassen von den umständen immer wieder klar unterscheiden was ist in mir und was ist um mich herum was kannst du also ändern das was in dir ist über deine gefühle deine gedanken und was ist außerhalb von dir und kämpft da nicht gegen windmühlen für das was außerhalb von dir ist sondern bleibt bei dir bleibt da klar und betreibe ganz viel gedanken und umgib dich mit positiven sachen umgib dich mit lebensfreude mach ein bisschen sport zum beispiel auch wer auch eine gute eine gute sache okay es kann übrigens auch sein nur einen nachsatz also jupiter mit merkur in opposition dass natürlich auch das reisen wieder extremer eingeschränkt wird oder schwieriger wird das ist auch noch mal so ein punkt der da auf jeden fall mit drinnen ist so august september ein ok ja was wäre es mal so in der schnelle und in der kürze das neumond horoskop für august und ist am 8 august haben wir den neumond und ich wünsche dir eine gute zeit alles gute alles ist gut in dir und wenn es nicht gut ist dann sorgt dafür dass es gut wird denn das hast du in der hand ich bin oliver ernie mediale energetiker und astrologer aus dem wunderschönen linz ich möchte mich bedanken dafür dass der kanal wächst lass mir einen daumen hoch da abonniere den kanal jetzt geht es schon auf die 1000 abonnenten zu ich bin schon super gespannt und wenn ich die 1000 habe gibt es natürlich coolen video content und da kannst du natürlich wieder mit gestalten gestalten und kannst auch sagen okay was würdest du dir denn wünschen alles liebe und bis zum nächsten mal tschüss